Hallo zusammen, Maya3707 hier und willkommen zu einem ganz ganz besonderen Video, das ich einem Booktuber widme, nämlich dem Buchtoaster. Ja lieber Nick, du hast heute Geburtstag. Und nach deiner super Aktion zu meinem Geburtstag letztes Jahr, habe ich jetzt hier auch eine Kleinigkeit für dich vorbereitet. Es gibt ja hier auf Booktube den Bookname-Tag, wo man seinen Kanalnamen anhand von Büchern bookstabiert. Diesen Tag habe ich jetzt ein bisschen umgewandelt. Ja also meine kleine Überraschung für dich. Buchtoaster. Ein B wie Booktube News. Das sind ja meine allerliebsten Videos, Nick. Und meinen allergrößten Respekt vor der Riesenarbeit, die du dir da immer machst. Ich finde es richtig klasse, dass du das machst. Und deine Videos sind auch immer super informativ. Danke einfach dafür. Und U wie unheimlich freue ich mich jetzt schon drauf, dich in Frankfurt wieder zu sehen. Das wird auch garantiert wieder richtig, richtig cool. Sind wir auch schon beim C. Cool. Finde ich nämlich einfach deine Art Videos zu machen und auch die Ideen, die du da immer hast. Richtig super. Dann H wie hoffentlich bleibst du uns noch ganz ganz lange auf Booktube erhalten und hoffentlich kommen noch viele Videos von dir. Denn du gehörst bei Booktube einfach dazu. Du bist auch einer meiner absoluten Lieblings-Booktuber. T wie Treffen in Leipzig. Ja, das hat mir total gefallen, dich da mal persönlich kennenlernen zu können, Nick. Für alle, die es nicht wissen. Ich habe mich ja in Leipzig am Freitagnachmittag mit dem Booktube und mit dem Buchtoaster und seiner Familie getroffen. Und wir haben eine richtig schöne Zeit da gemeinsam auf der Messe verbracht. War richtig toll. Dann O wie oft im Facebook-Kontakt. Stehe ich nämlich mit dem Buchtoaster. Ja, Nick. Das finde ich auch immer richtig schön und cool, da einfach mal mit dir über Facebook ein bisschen zu quatschen. Dann A kann bei einem Glückwunsch-Video natürlich nur eines sein. Alles, alles Gute. Dann schee ich dir. Dann S wie süße Haustiere. Deine Hausratte, dein Freddy, den finde ich auch immer richtig, richtig süß. Dann T wie total sympathisch finde ich dich und einfach deine Art Videos zu machen und alles richtig sympathisch. Dann E wie erwarten. Kannst du eine Kleinigkeit. Der Postboot wird in den nächsten Tagen mal bei dir klingeln und ein kleines Päckchen vorbeibringen. Ich hoffe, ich kann dir damit eine Freude machen und du hast die Bücher noch nicht, die ich dir da geschickt habe. Und dann am Schluss noch ein R. Wie richtig viel Glück und Gesundheit wünsche ich dir für dein neues Lebensjahr, Nick. Das war jetzt meine kleine Überraschung an dem Buchtoaster. Jetzt nochmal abschließend, Nick. Alles, alles Gute und die besten Wünsche einfach von mir. Alles Gute und feiert deinen Geburtstag schön. Und an alle von euch da draußen, schaut unbedingt beim Buchtoaster mal vorbei. Das sollte jetzt mit dem Video auch schon gewesen sein. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Meier 3607 Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschau.